WM Qualifikation, Malta empfängt Russland, kleiner Inselstart gegen große Weltmacht, die große Weltmacht gewinnt. 3 zu 1, 23. Minute, Zyuba zum 1 zu 0, 35. Minute, Fernandes zum 2 zu 0, Mbong für Malta zum 1 zu 2, aber die Russen hat sich nicht unterkriegen, Soblev zum 3 zu 1. Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel, Malta, 9 Schüsse, Russland 10, 5 aufs Tor von Malta, aber halb nur einmal getroffen, 4 aufs Tor von Russland, 3 mal getroffen, starkes Ding von den Russen, sehr effizient. 43% Ballbesitz von Malta, 57 von den Russen, 330 Pässe von Malta, 400 von den Russen. 76% Passgenauigkeit hat Malta, 82 haben die Russen, also auch sehr ausgeglichen. Beide Teams haben eine gelbe Karte gesehen, wobei Malta 13 mal gefaulgt hat und Russland 9 mal. Damit sieht die Gruppe aus aus, Russland 1, Slowenien 2, Zypern 3, Slowakei 4, Kroatien 5, Malta auf dem letzten Platz. Malta, jetzt ist nichts für ungut, aber die EM wird für euch eine sehr schwierige Aufgabe sein, euch dafür zu qualifizieren. Trotzdem viel Glück weiterhin und Glück von den Russen zum Sieg. Bitte. Vielen Dank.